Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur Adventskalendertür Nummer 15. Normalerweise sollte jetzt ein Zungenorgelcover kommen oder ein Starkzockvideo, aber um es in aller Deutlichkeit zu sagen, ich bin heute viel zu müde dafür. Ich bin einfach nur müde, kaputt und fertig und lustlos und einfach nur so, es ist einfach heute so ein Tag, wo meine komplette Tagesform am Boden ist, wo ich einfach keine Lust auf alles habe und einfach mal nichts machen will, aber dennoch habt ihr Glück, denn ich labere jetzt einfach mal so weiter durch in das Handy hinein und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit, trotz in dieser Zeit, in der wir momentan alle leben müssen und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gut geht und ja, ich möchte mich einfach nochmal zum Schluss an alle da draußen richten, die bis jetzt den Kanal unterstützt haben. Ich kann es nicht genug sagen, also wirklich vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Vielen Dank, dass ihr euch meine Videos anschaut. Vielen Dank für all diese Kommentare, die in der letzten Zeit gekommen sind. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Dislikes. Vielen Dank für was auch immer, also wirklich vielen Dank und ja, ich würde mal sagen, ich beende jetzt dieses Video und wir sehen uns dann morgen hoffentlich entweder mit einem Zungenorgelcover oder mit einem Video an diesem wunderschönen Instrument da hier wieder. Ja, ich würde mal sagen, bis dahin, macht es gut. Ciao.